Hallo, mein Name ist Rolf-Dieter Klein. Ich habe damals den NDR Kleincomputer entwickelt, also auch für Unterrichtszwecke damals. Und ich finde es also ganz toll, dass es hier ein Projekt im Digital Retropark gibt, in dem man auch wieder Computer aus damaligen Zeiten sich anschauen kann, die auch in Funktion sind. Das wäre natürlich toll, wenn man hier viele Unterstützer bekommen könnte.